Stark, unbestechlich und erfolgreich. Stark, unbestechlich und erfolgreich. Wir sind die Stimme für das Zugpersonal. Lokführer und Zugbegleiter, keiner ist uns egal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Jahren hat sich immer mehr gezeigt, wie notwendig starke Betriebsräte im Betrieb sind. Durch meine langjährige Tätigkeit als Betriebsrätin und als Listenführerin der GDL habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, durch eine starke Gewerkschaft unterstützt zu werden. Die in den Tarifverträgen erreichten sozialen Verbesserungen müssen in eurem Sinne umgesetzt werden. Und die Kontrolle der Einhaltung der Tarifverträge ist eine der Kernaufgaben des Betriebsrates. Darüber hinaus darf aber ein Betriebsrat die anderen vom Betriebsverfassungsgesetz gegebenen Verpflichtungen nicht vergessen. Denn ein guter Betriebsrat steht für alle Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Tarifpluralität heißt, zwei verschiedene Tarifverträge in einem Betrieb anzuwenden. Als Betriebsrat ist es Aufgabe und Pflicht, diese zu prüfen und einzuhalten. Für euch jederzeit Ansprechpartner zu sein, erreichbar zu sein und dies in unserem Betrieb in euren Interessen gegenüber dem Arbeitgeber umzusetzen. Mit einer starken Gewerkschaft, mit der GDL, werden wir dieses Ziel erreichen. Daher bitte ich euch um eure Stimme bei der Betriebsratswahl 2018. Stark, ungeschlechtlich und erfolgreich. Stark, ungeschlechtlich und erfolgreich. Deshalb kandidiere ich. Deshalb kandidiere ich. Deshalb kandidiere ich. Deswegen kandidiere ich.